Alter, was ist denn das? Ist da eine Lambo-Forsche drin? So einen Wohnwagen will ich auch haben Hallo Guck, guck, Smell! Was hast du damit? Ah ja, super! Genau das habe ich gemeint, Leute Die Blumen, die jetzt hier wachsen Genau solche Blumen wollte ich dann eigentlich an Chicks verteilen Das Blümle Stecke ich mir irgendwie hier noch mit rein Ja, genau hier So, wir können gleich mal den ersten Streetspot mitnehmen Toll, der freut sich der Kleine Ja Wieso redet der mich jetzt nach? Hallo Alter, was ist denn das? Gehen wir wieder da zurück Gell Der ist ja Wahnsinn, jetzt gebe ich mal Gas Der verfolgt mich ja Hilfe Leute Alter, der verfolgt mich einfach Alter Kommt Blümchen 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 Die Blumen sind in die Filz gefallen Alter, der rennt jetzt einfach von seiner Mom weg Die findet ihn doch nie wieder Huch Servus Hä? Wer hat hier Servus gesagt? Da geht er wieder zurück Alter, total ausgepowert der kleine Leute, was anderes ist bitte? Taubenscheuche Oh, Alter Was ist das? Huch Die Anfrage sei komplett für den Arsch Ja, total für den Arsch Ich merke es Wahrscheinlich hole ich mir jetzt an und runter Vielleicht kann man ja nicht senden Vielleicht aber auch senden Ja, wenn das alles unter dem Sumpf ist Alles unter dem Sumpf Legen wir mal das Rad oder nicht Erstmal Helm in Flockposition nehmen So, da Also er hat sich nur gut gehalten Hei lol, das ist ja voll geil Da kannst du jetzt eher weniger drüber fahren Solange es ja irgendwie geht Also wenn wir den neu bauen in Dort Dann würde ich das Ganze ja alles noch mal neu bauen Lieber lass ich es da hinten ein wenig tiefer Oder grabe da noch ein Loch Und lass das so leicht abschränken Dass das noch da hinten sich alles versammelt Das Wasser aber nicht da Aber so an sich ist der Sprung ja immer noch tief Schau mal an, ich meine an sich Das kannst du ja alles noch fahren Ich hätte jetzt sogar echt Bock hier den mal nicht zu fahren Ich meine der ist doch nicht mehr so schön wie damals Aber der ist noch da Let's go Ich meine das sieht doch richtig gut aus noch Außer das hier das Loch noch ist Wo man immer rein fällt Das hier Naja der Sprung da hinten Der hat ja irgendwer mal gemacht Der hat ja gar keinen Sinn an sich Junge warum ist hier die Platten? Die können wir nach hinten legen Ja Die kannst du gleich mal nehmen und ein bisschen vorziehen Ich schade weil da sich noch ein bisschen rumgehen Das könnte man halt richtig noch mal aufpatten Schusch Ey wenn wir hier einmal mit einem Bagger Eine ganze Schafel Erden nimmt Einmal daher klatscht Ein bisschen gerade zieht Dann hast du so einen fetten Anlieger Schusch Alter der ganze Palm-Trick ist noch da Wann das geil ist halt Der ist halt jetzt so hart Ich habe Bock Dass man den halt richtig schön ballern kann Vielleicht können wir die Platten jetzt da vorne in das Sumpfgebiet legen Dann können wir mal senden Also ich hätte schon Bock Schaut euch das mal an Leute Das werden wir noch ein bisschen repariert Alter und hier wäre der Pump-Trick so geil gehen Einmal hier so rum Zack da wieder rein Da kreuzung Da ist noch ein bisschen kacke Bumm Und da waren sie ja wie gesagt jetzt schon mit dem Bagger Schosch Das wird was Ja Das ist doch ein neuer Fahrradraum Nein Alter Schosch Schosch Genau Leg das einfach mal da am besten über die Rillen Weil da hinten gehts noch Da ist halt die Kante wenn kacke Was steht da 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 ist halt die kacke wenn kacke Ja Wollen wir die weg tun Die mittlere Ja Ja So oder was Ja 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 Die passt doch ganz gut Bloß da haben wir jetzt noch ein Problem So überlappen Und das ganze hier auch nochmal Also ich glaube dass es funktioniert aber es könnte es nicht funktionieren Probier es mal Schosch Oh Leg Die Airtime alter Hier war der Wahnsinn No Oh Leg Oh ja das wird nichts Ja Vollgas Darum muss man es sendet Oh Leg Oh Leg Oh Komplett gecased Oh Leg Oh F**k Martin Oh der Anlieger der eh nicht mehr da ist Alter der geht echt so gut Leute Oh Ja Ja Oh nein nicht schon wieder Er pustet gerade mit einem Saugstauberluft in seine Reifen bei der Tigerwäsche Genau. Alter, wie auf Kommando. Und das war Rupert's. Das war Rupert's. MTB Kunst. Rupert's MTB Kunst. Rupert's MTB Kunst.